ARD Text im Auftrag von Funk Nein, wer ist das? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk So, wenn Foxy kommt, mach ich direkt zu Bonnie kommt schon Und kooperiert ist der Mensch Bonnie kommt! Ich bin das gar nicht Du spielst ohne uns, hätte ich auch 100 Euro nächste Nacht Ja, ich hab nur 5 Ich hab nur 5,50 gemacht Okay, warte, zurück zur Lobby Ich hab sogar 54 gemacht Nein, Chica, oh mein Alter, hab ich mich geschreckt Chica geht nicht pushen Ja, ich hab grad Chica reingegeben Chica hat mich einfach gepusht Chica ist einfach durchgegangen Bei meinem Spot In diese Ecke Nach 5 ist so schwer Lass erstmal kurz warten und gucken Wo man sich easy verstecken kann Weil wir müssen eine App in unserem Spot finden Fühl dich Jungs, fühl dich Nee, ich sag nicht Es fack verscheiden Ja, warte, weil wir So jetzt, okay Wir müssen jetzt erstmal einen Platz finden Wo man sich easy gut verstecken könnte Kirche mit zwei Tasern Weiß ich halt nicht, ne? Bei Bonnie wird man sich vielleicht verstecken Kirche ist manchmal gut Guck mal, man kann hier so Hier in die Ecke oder hier, oder hier, ne? Ja, guck mal hier dieser Spalt ist voll clean Der macht komplett Full Push Er macht komplett Full Push Ey, warum haben wir ihn beide getasert? Chica Wir haben alle keinen Taser mehr, weil wir beide abgeschossen haben Ja, aber ich hab voll Angst bekommen, hä? Was soll ich dir machen? Tische kann uns Chica hops nehmen Ja, die rennt halt, ne? Die rennt an den Tisch Die macht uns weg Oh, was macht die denn? Aha Ich probier mal hier so irgendeine Ecke zu finden Komm mal, komm doch Ich probier mal hier so irgendeine Ecke zu finden Oh oh! Okay, Foxy kann uns push Ticke Ja, es könnte irgendwie der andere sein Den könnten wir outrunnen, aber nein, Foxy Man kann keinen outrunnen Wenn die einmal anfällt zu sprinten, kommst du nicht hier rum Hey, komm an Foxy tasern Komm an Foxy tasern, wenn die rennt Ja klar kann man Foxy tasern Ja klar kann man Foxy tasern Wenn die rennt Michi, du musst Foxy und Freddy Beachtung schenken Michi, ich guck links Michi, ich guck links Okay, sag dann wenn jemand kommt Also von welcher Richtung Ja Weg, jetzt weg Oh, was? Man sieht den ganz schnell Danke Michi, danke Michi Man sieht dich, wenn er vor der Tür steht, sorry Sind alle tot? Nein, ich lebe Nein, ich lebe Foxy waren Ich bin tot Ja, ich bin tot Alles gut, ich bin nicht leuchtig Alles gut Ohne Spaß, man sieht nicht, wenn er vor der Tür ist Bei dir ist Chica und Freddy sind ganz weit hinten Ja, ich weiß Der Stand hier ist so voll der Tür Wo ist Freddy? Freddy ist ganz hinten Also nicht ganz hinten, er ist bei diesem Eingang Ey, du kannst auf der linken Seite die Tür aufmachen, da ist gerade keiner Ja Bonnie ist nicht da Freddy kommt, Freddy kommt noch zu Okay, ich kann jetzt hin Ey, Bonnie kommt, Bonnie kommt, Bonnie kommt Ja, noch nicht Okay, so hä, die sollen doch diesen Raum abgehauen Ja, ja Die da sind noch 20% Wir kam einfach Ich werde das mit Sicherheit nicht schaffen 4 Uhr, 15% Ach, das schaffen wir Das reicht, glaub ich immer noch 9% Okay, das war's Foxy ist weg Bonnie ist weg Bonnie ist weg Bonnie ist weg, mach links auf Freddy ist auch weg Also eins weiter hinten jetzt Mach meine auf, mach meine auf Und wo ist Dings da? Wo ist Chica? Die ist nicht da 4% 4% Ich muss weg Ich muss rotieren 4% ich verstecke mich Power aus 4% Foxy piekt so viel Holy shit Bonnie... Nein, doch Power aus Sagt mir dann jemand, wenn jemand kommt dann schließlich Ich muss mich Nein, ich muss mich Janis macht dann sag du das, ich gucke ich wie viel Prozent nach Hä, wie viel... Okay, meins wird, die wollen mich Oh Foxy, Foxy, was machst du? Von Hau, gerenten im Kreis Ja wohl, ich hab gewonnen Oh mein Gott Ich hab gewonnen Let's go Ja Yeah Komm, komm Los, los, los Los, los, los Schieß ich nur einmal gegen den Chica, Alter PIXA, Alter Let's go Ich hab gesiegt I Je jud